Und in Bremen begrüße ich jetzt den alten und neuen EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strom. Herzlichen Glückwunsch, Herr Bedford-Strom. Vielen Dank und guten Abend. Sie haben ein großartiges Wahlergebnis eingefahren, auch oder weil Sie ganz klar Tacheles reden, besonders in der Flüchtlingsfrage? Ich glaube nicht, dass man das auf eine Sache reduzieren kann. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Und was die Gründe dafür sind, müssen Sie diejenigen fragen, die gewählt haben. Ich habe mich riesig gefreut über diesen Rückenwind. Das ist jetzt eine starke Basis für meine Arbeit in der Zukunft. Das soll uns noch mal gerade bei den aktuellen Flüchtlingskrisenfragen bleiben. Sie haben sich da ja ziemlich klar und eindeutig positioniert und haben auch gesagt, dass zum Beispiel ein Herabstufen der Syrer so nicht zu machen ist mit den Kirchen, auch insbesondere nicht mit der evangelischen Kirche. Glauben Sie, dass Ihre Worte wirklich einen Nachhall haben? Ja, das werden wir sehen. Mir geht es einfach darum, dass wir wirklich die Menschen, um die es geht, in den Konsequenzen solcher Beschlüsse auch wirklich im Blick behalten. Ich kriege manchmal täglich Mails von Menschen, die Angst haben um ihre Angehörigen in Syrien. Die Menschen sind in Gefahr, in Lebensgefahr. Mir wird von Toten berichtet. Und diese Nachrichten, die kann ich nicht einfach zur Seite legen. Und deswegen glaube ich in der Tat, dass wenn Menschen hierher kommen und ihre Angehörigen in Syrien sind, dass es dann richtig ist, dass die Angehörigen auch hierher nachkommen können. Die Kirchen hatten ein ganz besonderes Gewicht in Deutschland. Dem ist lange nicht mehr so, oder? Ich glaube, das kann man jetzt nicht so genau beziffern. Aber ich nehme schon wahr, dass auf unsere Stimme gehört wird, dass wir jedenfalls gefragt werden, was wir zu diesen Dingen sagen. Wir müssen uns nicht aufdringen. Hat natürlich auch gute Gründe. Denn jede Gesellschaft ist angewiesen darauf, sich zu fragen, was eigentlich die Ziele dieser Gesellschaft sind, woran man sich orientieren kann. Und da haben die Kirchen dieses alte Orientierungswissen bis heute durchgetragen. Und das hat für die heutigen Fragen sehr viel zu sagen. Ich bleibe nochmal gerade bei der aktuellen Flüchtlingsdebatte. Sie haben sich ja ganz klar hinter und an die Seite von Angela Merkel gestellt. Und so langsam hat man den Eindruck, wenn man die aktuelle Politik verfolgt und auch heute als von gehört hat, dass Thomas de Maizière jetzt das Dublin-Abkommen wieder anwenden will, dass sie da immer einsamer werden. Also es geht zunächst mal nicht um Personen, es geht auch nicht um Parteipolitik oder irgendwelche Dinge dieser Art. Es geht um die Sache und vor allem geht es um die Menschen. Und wir werben dafür, dass in den politischen Debatten das im Blick behalten wird. Dass wenn wir bestimmte Regelungen schaffen, die die Menschen, um die es geht, ihrem Schicksal überlassen, dass wir da Einspruch erheben müssen. Denn die Menschen, um die es geht, die werden ja, wenn wir solche Regelungen einführen, dort nicht in irgendeiner Weise von anderen bewahrt. Sondern es geht darum, das Ganze so zu organisieren, auch in Europa so zu organisieren, dass die Flüchtlingsbewegungen gesteuert werden, dass das Recht hergestellt wird, dass Menschen sich registrieren lassen. Und gleichzeitig man Wege findet, damit die Fluchtursachen bekämpft werden. Und dort auch entsprechend in den Lagern man genügend Geld gibt, damit die Leute was zu essen haben. Und auf diesem Wege die Menschen wirklich auch begleitet, an welchen Orten auch immer sie sind. Haben Sie keine Angst, jetzt ein wenig egoistisch gefragt, dass Deutschland weniger christlich wird, wenn immer mehr Menschen anderen Glaubens kommen? Wer den christlichen Glauben wirklich ernst nimmt, der weiß ganz genau, dass es da um den Menschen geht. Der Geist Jesu Christi ist ein Geist der Barmherzigkeit gewesen, ist ein Geist gewesen, der den Menschen ins Zentrum gestellt hat und insbesondere die Schwachen geschützt hat. Und deswegen geht es hier nicht um Anteile von Religionsgemeinschaften, sondern hier geht es darum, gelebtes Christentum zu zeigen. Und das besteht darin, dass man sich an die Seite der Schwachen stellt und gleichzeitig aber auch die Regierenden darin unterstützt, Wege, gangbare Wege zu finden, um mit dem Problem umzugehen. Trotzdem wären Sie wahrscheinlich gar nicht unglücklich, wenn sich mehr Menschen wieder auch der evangelischen Kirche anschließen wollen. Das haben Sie ja auch gesagt, dass Sie gerade die Jugend mehr begeistern wollen. Glauben Sie, das Verschieben von Gottesdienstzeiten auf den Nachmittag ist da eine gute Idee oder die wirklich zündende? Da gibt es jetzt nicht ein Zauberrezept. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir ausstrahlen, wovon wir sprechen, dass wir neue geistliche Kraft entwickeln und dass die Menschen das auch merken. Und zur geistlichen Kraft gehört eben auch, dass wir uns für andere einsetzen, dass das, was wir mit Worten sagen, auch wirklich gelebt wird. Das ist jedenfalls der Maßstab, an dem wir uns immer wieder messen lassen müssen und auch messen lassen wollen. Und meine Hoffnung ist, dass, was wir erleben, dass das auf Dauer auch nachhaltig so bleibt, dass Menschen sich in großen Zahlen gerade aus den Kirchengemeinden heraus engagieren, dass sie dieses gelebte Christentum auch wirklich zeigen. Das ist, glaube ich, die wirksamste Form, zu zeigen, was Christentum, was christlicher Glaube heute wirklich bedeutet. Kraft und Tatendrang, in dem wünsche ich Ihnen weiterhin einen schönen guten Abend und vielen Dank, Heinrich Bedford-Strom. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank.